Hallo zusammen! Wir sind hier in Budapest. Ich mache mal wieder einen klitzekleinen Reiseblog. Ich habe gedacht, ich nehme euch mit, wenn ich schon in so eine schöne Stadt fahre, mit so einem schönen Menschen. Das ist nämlich... Danke! Hallo! Oh, du bist dunkel. Ich bin wohl zu schwarz in diesem Vlog. Nein, das ist Ronja, das ist meine beste Freundin. Von ihr habe ich euch in meinem ersten Video schon mal erzählt, dass sie nämlich auch YouTube macht oder gemacht hat. Ja, vielleicht fange ich wieder bald an. Genau. Und wir dachten, wir nehmen euch jetzt mal mit hier durch Budapest. Heute Plan ist in den Zoo. Eigentlich gehen wir vor allem in den Zoo. Da hat es noch einen Park, da können wir auch rumlaufen. Genau. Ja. Also jetzt Priorität Nummer eins ist eigentlich Frühstück. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn wir Frühstück gefunden haben. Okay, wir sind jetzt hier am Heldenplatz und so wie es aussieht, sind wir mitten in einen Flashmob reingelaufen. Ich weiß nicht, was passiert. Ahhhh! Können wir jetzt nachmachen? Ja. Okay. Es ist wie so ein Pferdrennen im Kindergarten. Buschi, 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 Buschi. Was ist... was passiert hier? Okay, wir konnten nicht rausfinden, was es ist, aber ich glaube, es ist ein riesiges Pfadfinderlager und sie macht gerade das größte Chiayai, das ich je gesehen habe. Wir haben dich jetzt hier und ihren Kopf. So, wir sind jetzt hier im Zoo. Wir haben es tatsächlich geschafft. Gefrühstückt haben wir zwar immer noch nicht, aber der Zoo Hallow ist viel wichtiger. Wir sind jetzt hier gerade beim japanischen Garten. Gehen wir da mal durch? Ich würde schauen, wie geht da mal... Aber was freust du dich am meisten? Die Hyänen. Yes! Meine Lieblingstiere. Und du? Nicht die Schmetterlinge? Nein. Da gehe ich hin. Und du? Die Elefanten natürlich. Ja. Super. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim uns bisschen durch den Zoo folgen. Übrigens, einen Zoo-Vlog könnt ihr auch auf ihrem Kanal mal noch gucken. Ich verlinke den jetzt hier irgendwo. Du kommst aber auch schon vor. Ja, tue ich. Was hast du doch gesagt? Ich glaube die Otter. Die Otter, ja genau. So, also Otter gibt es hier auch, aber das werdet ihr sehen. Bis gleich! Bis gleich! Oh! Oh mein Baby! Hallo! Der Otter hat einfach eine Rutsche, what the hell? Oh mein Gott! Hallo! 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 Der Otter ist so schön! Hallo! Hallo! Hi! Präsentiere den Urwald! What's up? Die Eidechse ist der König der Welt. Okay, ich erkläre vielleicht mal kurz das... Hallo! Hallo! Hier bin ich. Ich erkläre kurz das Prinzip von diesem Zoo hier gerade. Wie ihr seht, ich bin im Urwald. Und ihr seht mich nicht. Wegen meiner Brille. Na ja. Auf jeden Fall kann man hier durch die ganzen Urwälder durchlaufen und jedes ist so ein bisschen einander gepflanzt. Oh mein Gott! Das sind einfach so die gechilltesten Tiere, die es gibt, ne? Crazy! Ja, auf jeden Fall... Hier müssen irgendwo noch Affen drin sein. Hier muss noch so ein Affe sein. Hier! Ein Schnauzbartaffe. Och Mann! Wo ist der Schnauzbartaffe? So. So. Entschuldigt die kurze Schildkrötenpause. Das musste sein. Wir gehen hier jetzt aus diesem Urwald mal wieder raus. Wir waren... Hilfe! Wir waren gerade... Im Iguazú. Das kenn ich sogar. Irgendwo. In Südamerika. Wow! Ich sag's euch Leute, ich bin erst 15 Minuten in diesem Zoo und das ist schon mein liebster, allerliebster Lieblingszoo auf der fucking Welt. Ich mein, wir sind mitten im Urwald. Hey, ich mein, das ist was. Waaah! Harry? Das ist das Duh? No joke. Das ist Nagini. Ähm, ein bisschen anders. Untertitelung. BR 2018 Hallo Herr Emu! Hallo! Hallo! Hallo Herr Emu! Oh mein Gott! Tschüss Herr Emu! Ihr wollt mir nicht ernsthaft erzählen, dass Emus sich hinsetzen? Bitte was? Ist es ein Meerschwein? Ist es eine Ratte? Nein! Es ist ein Capybara! Und ein Capybara am chillen. Das sind so coole Tiere. Die werden riesig. Oh! Tschüss! Ich sagte doch, die werden riesig. Und sie werden auch riesig faul. Spirits animal. Naadu! Naandu! Naadu! Ohhhh! Ohne Witz, wenn ich ein Arschloch wäre, kann ich ein Arm ausstrecken und das Känguru streicheln. Nein! Nein! Ich habe noch nie sowas Süßes gesehen. Oh mein Gott! Dann können Sie streicheln! Hallo Herr Lemu! Ich sehe keinen Unterschied. Ich habe gerade die größte Enttäuschung dieses Zoos bemerkt. Also erstens ist die Kamera leer. Ich filme jetzt wieder auf dem Handy. Und zweitens... Das war gar keine Hände! Das war eine Rothunde! Und wir haben auch noch keine Raubtiere gesehen? Nee, aber das ist ja normal. Also im Zoo die Tiger und so siehst du ja eigentlich fast nie. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Und wenn wir eins... Simon, ich sehe so klein aus. Und wenn ich so da hinten laufe, dann... Ja, auf jeden Fall, falls wir noch ein Raubtier sehen, dann seht ihr es auch. Bis gleich! Update! Sie haben doch Hyänen! Da seht ihr ihn! Wartet! Wartet! Das ist eine Hyäne. Aber es ist eine Streifen-Hyäne. Und meine Lieblingstiere sind Tüpfchen-Hyänen. Also... Sorry! Wo hat sie? Oh mein Gott! 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 So! Wir sind hier jetzt bei Ronjas Lieblingskirche. Bei den Elefanten! Hallo! Hallo! Aber die Elefanten sind alle drinnen! Warum? Was machst du hier? Ja, da geht gerade einer raus. Aber der war vorher auch hier drinnen. Hallo, Herr Elefant! Es sieht so aus, als wären sie das Elefanten-Gege leider gerade am umbauen. Und die Elefanten scheinen. Die Elefanten sind, glaube ich, sehr schüchtern. Weil sie wollten nicht rauskommen. Aber ich glaube, wir haben es langsam, oder? Ich glaube auch! Wir sind langsam durch. Durch den ganzen Zoo. Und ich muss also sagen, der Zoo ist so toll! Toll! Ist richtig super! Vor allem für Kinder. Es hat viel Interaktives, wo sie was lernen können. Es hat ein ganzes, riesiges Museum, wo wir kurz drinnen waren. Über die Evolution. Genau, über die Evolution. Und Präsidien. Genau. Super cool! Also für Kinder ist das einerseits sicher super. Also, falls du ein Kind hast. Oder falls du eines hast. Ja! Beides möglich. Aber ich fand es auch für uns ganz cool. Total! Mega viele Tiere hier. Mega viele verschiedene Tiere. Sehr nice! Mal gucken, was wir jetzt noch machen. Ich glaube, das ist das Schloss, oder? Genau! Ich glaube, wir gehen uns das Schloss noch angucken hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Es ist hell. Tschüss! So, wir sind jetzt raus aus dem Zoo und laufen gerade Richtung Schloss. Ich zeige euch das gleich. Und ich sage euch, dieser Park ist erstens gigantisch, zweitens so geil. Ich meine, warte mal kurz. Seht ihr das? Nein? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da ist ein riesiges Trampolin für Kinder. Es hat einen gigantischen Spielplatz mit einem Piratenschiff, das aussieht, als wäre es aus einer Erdbeere geschnitzt. Und hier auch das Wasser. Superschön. Und die Sonne scheint. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Stadt. Jetzt schon. Ich auch. Und wir gucken jetzt mal, wie wir da zu dem Schloss kommen. Und dann sehen wir uns da wieder. Tschüss! Was war das? Tschüss! 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 Das Schloss ist ein Museum. Und es sieht ziemlich ähnlich aus wie das Museum, in dem wir gerade drinnen waren im Zoo. Darum gehen wir da jetzt heute mal nicht rein. Sondern schlendern noch ein bisschen hier durch den Park. Aber ihr habt das Schloss ja gesehen. Es ist so schön. Und Ronja hat das gerade eben gesagt. Es ist so... Hallo! Es ist so ein bisschen wie alles hier. Ein bisschen zu pompös, ein bisschen zu groß, ein bisschen zu viel von allem. Aber... Aber das macht es eben aus. Genau. Das macht es hier so schön. Es ist überhaupt nicht so minimalistisch. Es ist... Also es hat viel den größeren Charme. Auch wie jetzt zum Beispiel Zürich oder so. Finde ich. Ich nicht. Aber... Es ist heiß. Aber der Park hier ist echt... Wow! Er ist riesig. Gigantisch. Er hört nicht auf. Ja, wir laufen jetzt ab nochmal hier durch. Und dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Na? Tschüss! So. Nachdem wir jetzt nach ein paar Mitteln kommen, und ein bisschen Gelaufe hier angekommen sind an der St. Stephans Basilika, suchen wir gerade den Eingang. Und das ist gar nicht so einfach. Und... Aber ich versuche nachher mal das ganze Ding noch für euch zu filmen. Ich glaube, es ist zu groß. Aber... You never know. Ähm... Und es ist... Sorry. Es ist so heiß. Ich sterbe hier. Es ist viel, viel, viel zu warm. Ich glaube, wir haben den Eingang gerade gefunden. Sieht sehr nach Eingang aus. Wir gucken mal, ob wir auch rein können. So. 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 ... So. So. Amen. Amen. Amen.